Der Dalai Lama Zu Beginn des neuen Jahrtausends gab uns der Dalai Lama 18 Regeln, die zu einem erfolgreichen und glücklichen Leben führen sollen. Diese Regeln gelten gleichermaßen für jeden mit genügend gutem Willen, sie zu befolgen und zu praktizieren, unabhängig von seinen religiösen oder politischen Ansichten. Hier sind 18 Regeln, nach denen der Dalai Lama lebt. Regel Nummer 1 Denke daran, dass große Liebe und große Erfolge in der Regel große Risiken bergen. Regel Nummer 2 Man kann nicht jedes Mal im Leben gewinnen, aber jede Niederlage bringt eine lohnende Lektion. Regel Nummer 3 Befolge die folgende Regel Respektiere dich selbst, respektiere andere, übernimm die Verantwortung für all deine Handlungen. Regel Nummer 4 Manchmal ist das Beste, was dir passieren kann, nicht zu bekommen, was du willst. Regel Nummer 5 Lerne die Regeln gut, damit du sie auf die richtige Weise brechen kannst. Regel Nummer 6 Lass nicht zu, dass kleine Streitigkeiten zwischen großen Freunden entstehen. Regel Nummer 7 Wenn du merkst, dass du einen Fehler gemacht hast, tue dein Bestes, um ihn zu korrigieren. Regel Nummer 8 Nimm dir jeden Tag zumindest etwas Zeit, um allein zu sein. Regel Nummer 9 Scheu dich nicht, etwas Neues auszuprobieren, aber vergiss deine Werte nicht. Regel Nummer 10 Denke daran, dass Schweigen manchmal lauter ist als Worte. Regel Nummer 11 Lebe ein gutes, ehrenhaftes Leben. Auf diese Weise kannst du, wenn du alt wirst und darauf zurückblickst, es ein zweites Mal genießen. Regel Nummer 12 Eine gute Atmosphäre in deinem Haus, gefüllt mit Liebe, ist die Grundlage für ein gutes Leben. Regel Nummer 13 Bei Meinungsverschiedenheiten mit Angehörigen solltest du dich ausschließlich mit der aktuellen Situation befassen. Rufe niemals die Vergangenheit an. Regel Nummer 14 Teile dein Wissen mit anderen, nur so kann man wirklich unsterblich werden. Regel Nummer 15 Kümmere dich um die Erde und die Natur. Regel Nummer 16 Versuche mindestens einmal im Jahr an einen Ort zu gehen, an dem du noch nie zuvor warst. Regel Nummer 17 Regel Nummer 17 Denke daran, dass die beste Beziehung diejenige ist, in der eure Liebe zueinander stärker ist, als ihr sie füreinander braucht. Regel Nummer 18 Beurteile deinen Erfolg danach, was du aufgeben musstest, um ihn zu bekommen.